Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für den aktuell vorliegenden Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2015 kann ein kurzes Fazit gezogen werden. Gemessen an den Anforderungen der Zukunft für unser Land muss festgestellt werden, er ist nicht in der Balance, im Gegenteil, er ist weit, allzu weit entfernt davon. Halbherzige und unzureichende Symptomkuren für die Probleme in Nordrhein-Westfalen, anstatt die Zukunft mutig in Angriff zu nehmen. Die Zukunft für die Menschen in unserem Land. Stattdessen gibt es fehlende oder unzureichende Investitionen an genau den Stellen, an denen Zukunft passiert, an denen es die Menschen berührt. Wir stehen mitten im digitalen Wandel. Die Politik kann es sich heutzutage nicht mehr leisten, die Digitalisierung als Herumgespiele auf Facebook oder anderen sozialen Medien abzutun. Ganz im Gegenteil, die digitale Revolution ist eine gesellschaftliche Herausforderung und als solche durchaus vergleichbar mit der Energiewende. Nur wenn wir es schaffen, dass alle Bürger in Zukunft aktiv an der Informations- und Wissensgesellschaft teilhaben können, nur wenn wir sicherstellen, dass unsere Unternehmen, gerade die mittleren und kleinen Unternehmen, Rahmenbedingungen vorfinden, mit denen sie die Digitalisierung als Chance und nicht als Risiko begreifen. Und nur wenn wir ehrlich und aufrichtig daran arbeiten, das verlorengegangene Vertrauen in digitale Kommunikation wiederherzustellen, können wir in Nordrhein-Westfalen mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Das setzt aber voraus, dass die Landesregierung nicht nur Sonntagsreden hält, sondern bereit ist, das Digitale politisch aktiv zu gestalten. Und das heißt im Zweifel auch, Geld in die Hand zu nehmen. Die gewinnbringende Kohle der Zukunft ist im Netz und eben nicht in der Erde. Aber von dieser Erkenntnis kann bei dem hier vorliegenden Haushalt keine Rede sein. Bestes Beispiel ist das Thema Breitbandausbau. Da werden die Fördermittel bei mageren 10 Millionen Euro buchstäblich eingefroren, obwohl eine zukunftsfeste Breitbandversorgung längst zur öffentlichen Daseinsvorsorge zählt. Mager sind nicht nur die bereitgestellten Mittel, mager ist auch die Breitbandversorgung in städtischen Randbezirken und im ländlichen Raum. Wir dürfen nicht den Fehler machen, bei der digitalen Infrastruktur auf Sicht zu fahren. Das Wachstum der Datenvolumen steigt rasant an im zweistelligen Prozentbereich. Experten erwarten, dass im Jahr 2020 durchschnittliche Bandbreiten von 200 Megabit im Downstream und 120 Megabit im Upstream nachgefragt werden. Das derzeitige Breitbandnetz ist weit davon entfernt, diese Leistung zu erbringen. Die BREKO Breitbandstudie 2014 hat herausgefunden, Breitband ist Standortfaktor Nummer eins, noch vor den Strompreisen der Verkehrsanbindung sowie Gewerbe- und Grundsteuern. Glasfasernetze in Stadt und Land spielen also eine Schlüsselrolle bei der Wahrung und dem Ausbau von Wohlstand in unserem Land. Und was ist die Antwort der Landesregierung auf diese Herausforderung? Sie sitzt das Thema einfach aus. Da kommt kein wesentlicher Impuls aus der Landesregierung. Wir Piraten fordern die Landesregierung seit zwei Jahren auf, mehr für den Breitbandausbau zu tun oder zumindest mal darzulegen, wie sie die eigenen Breitbandziele erreichen wollen. Die Antwort des Wirtschaftsministers war es, nach vielen Monaten einen runden Tisch einzurichten, um mal mit den wichtigsten Akteuren ins Gespräch zu kommen. Das ist schön und gut, aber von einer Landesregierung fordert man Taten und nicht den hundertsten Gesprächskreis. Ein wenig Glück scheinen sie ja zu haben. Wie das Manner vom Himmel wird im kommenden Jahr ein Teil der Erlöse aus der Funkfrequenzversteigerung nach Nordrhein-Westfalen fließen. Ob diese Mittel für einen spürbaren Ausbau der Breitbandnetze ausreichen werden, steht noch in den Sternen. Fest steht aber auch, dass das keine Eigenleistung der Landesregierung ist. Ich habe das Gefühl, die Landesregierung besitzt eine verzerrte Wahrnehmung bei diesem Thema. Man soll doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir bei den schnellen Glasfaseranschlüssen im internationalen Vergleich noch nicht einmal auftauchen. Und die Landesregierung freut sich kleinkariert, dass es zumindest andere Bundesländer gibt, die eine noch schlechtere Breitbandversorgung haben. Das kann doch nicht ernsthaft unser Maßstab sein. Maßstab können höchstens Bundesländer sein, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und die Förderung erhöhen. Bayern hat angekündigt, 1,5 Milliarden Euro in die Breitbandversorgung zu investieren. Und anstatt sich daran ein Beispiel zu nehmen, behauptet Frau Kraft realitätsverzerrend in einer Talkshow, die Landesregierung hätte mehr in Breitband investiert und wir liegen da ganz weit vorne. Ehrlich, mir tut es richtig in der Seele weh, dass das Land des Söderns und Seehoferns hier als Beispiel hingestellt werden muss. Wenn wir das Thema verschlafen, liegen wir nicht nur international, sondern zukünftig auch national ganz weit hinten. Für uns Piraten ist klar, wir geben uns nicht damit zufrieden, bei der Breitbandanbindung irgendwo im europäischen Durchschnitt zu stehen. Bei dieser neuen digitalen Infrastruktur wollen wir Spitze sein an einer Position, die diesem großen Land mit den Potenzialen seiner Menschen auch gerecht wird. Das ist nicht unmöglich, sondern nur eine Frage der Prioritätensetzung. Zum Vergleich, die Landesregierung stellt in den Haushaltsplanen 2015 mehr als 300 Millionen Euro an Kohlesubventionen ein, also zur Beerdigung der alten industriellen Basis und nur 10 Millionen Euro an Förderung für den Breitbandausbau, also für eine Investition in die Zukunft. Diese Proportionen stimmen einfach nicht. Wir fordern Frau Ministerpräsidentin auf, sich endlich mutig mit den Herausforderungen der Digitalisierung zu beschäftigen. Davon hängen die Lebensqualität und der Wohlstand unseres Landes maßgeblich ab. Wenn man zur Kenntnis nimmt, dass in Deutschland nur 38 Prozent der Bevölkerung mittlere oder gute Kenntnisse über das Internet verfügen und wenn wir damit zusammen mit Rumänien den letzten Platz in der EU belegen, wenn man liest, dass weniger als die Hälfte aller kleinen Unternehmer und Selbstständigen glaubt, in Hinsicht auf die Digitalisierung ihres Geschäfts gut aufgestellt zu sein und wenn Experten prognostizieren, dass die Hälfte aller Arbeitsplätze durch eine fortschreitende Digitalisierung gefährdet wird, dann muss auch der Landesregierung klar werden, dass sie in der Verantwortung steht, Antworten auf diese Herausforderungen zu finden. Das betrifft die Bildungs-, Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Bis jetzt befindet sich die Landesregierung im Halbschlaf. Sie soll aufwachen, denn immer nur mit dem Finger nach Brüssel oder Berlin zu zeigen, ist bei diesen elementaren Zukunftsfragen schlicht zu wenig. Medienbildung und die Vermittlung von Computer- und informationsbezogenen Kompetenzen ist eine zentrale Aufgabe auch für unsere Schulen. Professor Boos bringt es in einem Interview in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Forum Schule auf den Punkt. Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien gehört zur Bildung im 21. Jahrhundert. Diese Aufgabe wurde bislang sträflich vernachlässigt. Das Resultat kann man in der ICLIS-Studie nachlesen, die Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülern untersucht hat. Die zentralen Befunde sind 1. Deutschland liegt im internationalen Vergleich nur im unteren Mittelfeld. Es liegen Welten zwischen denen, die gut sind, und uns, sagt Professor Boos. 2. Deutschland ist das Land, in dem im Fachunterricht am wenigsten Computer eingesetzt werden. Ausgerechnet Mathematik ist dabei das Fach, bei dem bei uns Computer am allerwenigsten benutzt werden. 3. Rund 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler kommen nicht über einfache Kompetenzen hinaus und werden deshalb Schwierigkeiten haben, die Anforderungen des Berufslebens im 21. Jahrhundert zu erfüllen. Wir machen uns große Sorgen, sagt Professor Boos hierzu. Deshalb muss Medienbildung und Medienkompetenzvermittlung in der Bildungspolitik eine Priorität haben. Bislang hat sie das nicht in Nordrhein-Westfalen. Hier steht Rot-Grün mit durchgedrücktem Knie auf der Bremse. Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen, mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen, steht in § 2 des Schulgesetzes. Ist das gewährleistet? Wir meinen Nein, nicht in ausreichendem Maße. Bei allen Projekten wie dem Tag der Medienkompetenz oder dem Medienpass hängt es immer noch zu stark vom Engagement einzelner Schulen und Lehrkräften ab, ob Kinder und Jugendliche den verantwortungsbewussten Umgang mit Medien in der Schule kennenlernen. Deshalb ist es jetzt geboten, ein umfassendes Medienbildungskonzept für das Land Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Dringend erforderlich ist die Stärkung von Fortbildungen und die Beratung von Lehrerinnen und Lehrern für das Lernen und Unterrichten mit Medien. Wir haben vorgeschlagen, dafür die existierenden Kompetenzteams deutlich zu stärken. Das wäre eine effektive und effiziente Maßnahme, um die Schul- und Unterrichtsentwicklung wirklich voranzubringen. Aber wenn heute ein Medienberater eines Kompetenzteams mit einer Freistellung von nur sechs Unterrichtsstunden 45 Schulen beraten soll, wie uns in der Anhörung zu unserem Antrag Bildungsinnovation 2020 berichtet wurde, dann schreit das zum Himmel. Bei der Entwicklung der IT-Ausstattung für Schulen sind für uns Piraten drei Merkmale zentral. Ich wiederhole sie immer wieder gerne. Open Source, Open Format und Open Content. Nur dies gewährleistet eine nachhaltige und flexible Nutzbarkeit. Die Ausstattung der Schulen mit Geräten und Software ist Aufgabe der Schulträger. Dennoch empfiehlt beispielsweise die Initiative D21 in ihrer Studie »Medienbildung in Deutschland«, ich zitiere, »Die Bundesländer sollen für die technische Ausstattung der unterschiedlichen Schulformen verschiedene herstellerneutrale, in der Schulpraxis erprobte Standardkonfigurationen erarbeiten, um Skalen und Effizienzvorteile in der Beschaffung und dem Betrieb der Technik zu ermöglichen.« Das erscheint uns sinnvoll. In der Bereitstellung von freien Lernmitteln, auch als Open Educational Resources, kurz OER, bekannt, sehen wir ebenfalls ein Handlungsfeld für das Land. Wir sind überzeugt, das Schulbuch der Zukunft ist ein digitales Lernmittel unter freier Lizenz. In Polen und in anderen Bundesländern ist das Potenzial von OER längst erkannt, beispielsweise im Saarland. Hier produziert und beauftragt das Landesinstitut für Pädagogik und Medien bereits seit 2006, 2007 Online-Materialien unter Creative Commons Lizenzen. Seit 2012 existiert ein Projekt zur Produktion offener Bildungsquellen. OER sollen damit systematisch in der Lehrerfortbildung verankert werden. Und in Berlin hat das Abgeordnetenhaus mit Stimmen aller Fraktionen den Berliner Senat aufgefordert, das Prinzip von offenen digitalen Bildungsressourcen in der schulischen Bildung umzusetzen. Und in Nordrhein-Westfalen wird weiter abgewartet. Das kann es doch wirklich nicht sein. Wir haben vorgeschlagen, in einem dreijährigen Programm die Produktion von Lernmitteln unter freier Lizenz für einige Fächer für alle allgemeinen Schulformen der Sekundarstufe 1 zu fördern. Die Aufwendungen hierfür wären wirklich überschaubar, der Nutzen hingegen enorm. Dann hätten wir nicht nur flexibel und rechtssicher einsetzbare Materialien für die individuelle Förderung im Unterricht. Gleichzeitig könnten so auch die Schulträger entlastet werden, was ihnen Investitionen in den Ausbau ihrer IT-Struktur an den Schulen erleichtern würde. Das wäre ein wirklicher Schritt in die Zukunft in die Schule des 21. Jahrhunderts. Und endlich hat Frau Ministerpräsidentin Kraft ein Einsehen. Wir weisen seit zwei Jahren im Landtag immer wieder auf die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit hin. In zahlreichen Anträgen haben wir immer wieder gefordert, dass die Schulsozialarbeit an den Schulen in Nordrhein-Westfalen langfristig sichergestellt werden muss. Doch bislang lehnten die anderen Fraktionen mit Blick auf ihre parteitaktischen Spielchen unsere Piratenanträge ab. Bis heute. Heute geben sie uns inhaltlich Recht und greifen in die Kasse. Also freuen wir uns über das deutliche Zeichen, das die Landesregierung heute setzt. Leider kommt diese Einsicht bei Rot-Grün viel zu spät, um einen nahtlosen Fortbestand zu garantieren. Viele Schulsozialarbeiter haben sich bereits anderweitig auf dem Arbeitsmarkt umgeschaut, da ihre bisherigen Verträge zum Ende des Jahres auslaufen. Wir hoffen, wir hoffen inständig, dass deswegen keine Versorgungslücken entstehen. Sollte dies der Fall sein, ist es allein dieser rot-grünen Verzögerungstaktik zuzuschreiben, dass Kinder auf der Strecke bleiben. Eins steht fest, dieses rot-grüne Weihnachtsgeschenk ist gut, es kommt aber viel zu spät. Der Umgang mit der Schulsozialarbeit insgesamt ist verantwortungslos und das Vertrauen ist vielerorts zerstört. Bei den Hochschulen bleibt unsere Kritik bestehen, dass alle temporären Mittel wie Hochschulpaktmittel, Hochschulmodernisierung usw. Programme sind, die dem eigentlichen Problem der Hochschulung, nämlich der fehlenden Grundfinanzierung, nicht entgegenwirken. Da reicht es auch nicht immer und immer wieder zu beteuern, dass die Mittelzuwächse seit 2010 um über 30 Prozent gestiegen sind. Es ist keine herausragende Leistung, die Mittel zu erhöhen, wenn in gleichem Maße die Studierendenzahlen einen Rekordstand haben. Und wenn man die Programmmittel nämlich herausrechnet, dann wird die Bilanz dieser Landesregierung wirklich ernüchternd. Deswegen muss ein Plan her, wie strukturell die Grundfinanzierung der Hochschulen gesteigert und verstetigt werden kann. Für die rot-grüne Hochschulpolitik bleibt für uns Piraten festzuhalten. Erstens, die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sind nicht ausreichend finanziert. Zweitens, Rot-Grün verharrt in der Mängelverwaltung trotz historisch hoher Studierendenzahlen. Drittens, SPD und Grüne wollen die Qualität der Studienbedingungen und der Lehre nicht verbessern. Viertens, Rot-Grün betreibt eine Augen-zu-und-durch-Politik mit dem neuen Hochschulgesetz. Fünftens, trotz eines Kodex Gute Arbeit wird es weiterhin Befristungspraktiken an den Hochschulen geben. Hierfür trägt die Landesregierung die Verantwortung. Das Personal gehört nach unserer Auffassung zurück in den Landesdienst. Sechstens, die Landesregierung verweigert sich, Akzente bei der zukunftsfähigen Aufstellung der Hochschulen unter anderem durch Open Access, das heißt durch den offenen Zugriff von Bürgerinnen und Bürgern auf mit Steuergeldern produzierte Wissensinhalte anzugehen. Siebtens, Rot-Grün verweigert den Studierenden eine Masterplatz-Garantie und zwar für alle Studierenden, die dies anstreben. Wir haben eine Erhöhung der Studienqualitätsmittel auf insgesamt 400 Millionen, also um 151 Millionen beantragt. Rot-Grün muss den Hochschulen, den Angestellten und den Studierenden erklären, warum ihnen eine bessere Ausstattung nicht gewährt wird und die Studienqualität insgesamt sinkt. Unser Änderungsantrag und die damit verbundenen Mittel würden direkt den Studierenden, Angestellten und Fakultäten zugute kommen. Aber da wären wir wieder bei der eingangs beschriebenen Mutlosigkeit. Kommen wir zum Schutz der Privatsphäre und der Transparenz des Staates und damit zu unserer höchsten Kontrollinstanz im Land, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Der Datenschutz in Nordrhein-Westfalen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist unterfinanziert. Dem LDI fehlt Personal, um die an ihn gestellten stetig wachsenden Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen. So schnell, wie sich die Digitalisierung gerade abzeichnet, etwa so schnell, nehmen auch die Anforderungen an den Landesdatenschutzbeauftragten zu. Verstehen Sie mich nicht falsch, der Landesdatenschutzbeauftragte tut das in seinem Rahmen Mögliche. Der Beauftragte und sein Team leisten sehr gute Arbeit, für die wir uns alle an dieser Stelle herzlich bedanken müssen. Aber der Landesdatenschutzbeauftragte kann mit allein 45 Planstellen, eigener Verwaltung und über 160 Arbeitsfeldern leider wirklich nur das Möglichste tun. Und das Mögliche ist, wenn es um verfassungsrechtlich verankerte Grundrechte geht, noch lange nicht gut genug. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit darf kein zahnloser Tiger sein. Wir befinden uns, auch wenn die Kolleginnen und Kollegen von der CDU das immer noch nicht verstanden haben, in einem Prozess der Digitalisierung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unserer Haushalte, ja unseres ganzen Seins. Der Mensch hinterlässt einen digitalen Schatten, fast überall. Es gibt mittlerweile kleine und sehr große Unternehmen, die allein mit persönlichen Daten ihr Geld verdienen. Mit diesen persönlichsten aller Informationen, mit dem, was den einzelnen Menschen beschreibt und ausmacht, werden Milliarden an Umsätzen generiert. Und auch der Staat greift immer wieder nach solchen Daten und wurde deshalb zu Recht wiederholt vom Bundesverfassungsgericht in die Schranken gewesen. Der Europäische Gerichtshof urteilte über die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten ganz eindeutig, dass sie unverhältnismäßig sei. CDU und SPD verstehen das allerdings beide nicht. Deshalb wiederhole ich das an dieser Stelle nochmal. Anlasslose Überwachung ist grundrechtswidrig. Die sollen endlich aufhören mit diesem Unfug. Die Vorratsdatenspeicherung ist nichts mehr als ein Zombie der grundrechtswidrigen Politik nach 9-11. Aber auch hier in Nordrhein-Westfalen meint es die SPD und meinen es die Grünen mit dem Schutz der Privatheit und des Datenschutzes nicht viel besser. Wir haben im Vergleich zu anderen Bundesländern und deren Bevölkerung sehr wenig Ressourcen für unseren Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Da braucht man sich auch bei einer Plenarsitzung nicht großspurig hinzustellen wie neulich Herr Geier und Herr Bolte und behaupten, es würden die Rechte unserer Bürger ernst genommen. Herr Bolte kann sich nicht ernsthaft auf die Schulter klopfen und sagen, die Landesregierung würde schon genug für Datenschutz tun. Man hätte ja im Jahr 2011 für weiteres Personal beim LDI gesorgt. Ich wiederhole, im Jahr 2011, also vor drei Jahren, das reicht nicht. Man muss jetzt mehr Stellen schaffen. Erstens war der Landesdatenschutzbeauftragte 2011 wirklich desaströs aufgestellt. An dieser Stelle nochmal einen schönen Dank an die Bürgerrechtspartei FDP. Die Erhöhung war damit bitter bitter nötig, sonst hätte sich das Land wirklich lächerlich gemacht. Aber auch heute sieht es nicht wirklich besser aus. Auch heute kommen beim LDI nicht mal ein Mitarbeiter auf 100.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in NRW. Und zweitens hat das Bundesverfassungsgericht bei dem Urteil zur Antiterror-Datei klar gesagt, dass bei einer Neueinführung der Datei für ausreichend Personal beim LDI für die Kontrolle des Datenschutzes zu sorgen ist. Von der Landesregierung kam dazu nichts. Die Frage ist, wird das Bundesverfassungsgericht ernst genommen? Und drittens, gemäß des Murschen Gesetzes haben sich die weltweiten Rechenkapazitäten seit 2011 bereits zweimal verdoppelt. Unternehmen und Behörden machen ausgiebig Gebrauch von der möglichen Datenverarbeitung. Seitdem füllen wir Begriffe wie Big Data, Data Mining, Smart Home oder E-Government mit Leben und vor allem mit persönlichsten Informationen eines jeden von uns. Und mittlerweile haben wir Wahnsinniges zu dem Zustand unserer Geheimdienste erfahren. Nicht nur die weltweite Überwachung, die teils auch ganz aktiv hier in NRW betrieben wird. Wir erfahren aber auch, dass der Verfassungsschutz NRW Informationen von 530.000 Menschen speichert. Grob gesagt gilt das für Herrn Minister Jäger. Alle Einwohner Duisburgs sind in diesen Datenbanken. Und schauen wir jetzt einfach mal nach Niedersachsen. Dort beanstandete eine Taskforce dieses Jahr, dass von 9.000 beim niedersächsischen Verfassungsschutz gespeicherten Datensätzen 40 Prozent gelöscht werden müssen. Fast die Hälfte dieser Dateien widersprach datenschutzrechtlichen Bestimmungen und war schlichtweg illegal. Unseren Antrag, eine solche Taskforce hier in Nordrhein-Westfalen einzusetzen, lehnte die Landesregierung ab. Vielleicht, weil ähnlich hohe illegale Datenspeicherung vermutet werden wie in Niedersachsen? Das wären dann immerhin mehr als 200.000 unrechtmäßig gespeicherte Personen. Und die Landesregierung will das wirklich nicht überprüfen? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, es liegen einige datenschutzrelevante Dinge wirklich im Argen. Und an die lieben Kollegen im Plenum, an die Abgeordneten, wenn die Kapazitäten für den Landesdatenschutzbeauftragten nicht erhöht werden und seien es doch nur zwei oder drei Stellen in diesem Haushalt, dann kann ich den Kollegen beim besten Willen nicht abnehmen, dass sie sich für den Schutz der Rechte unserer Bürger einsetzen. Es wird damit ganz bewusst ein zahnloser Tiger geschaffen. Der LDI mag inzwischen vielleicht unabhängig vom Ministerium für Inneres und Kommunales sein. Ein Fakt, der bei dem von Innenminister Jäger gerne mal verteilten Maulkörben an unliebsamer Andersdenker wirklich positiv stimmt. Aber die institutionelle Unabhängigkeit des LDI ist doch nur so wirksam, wie sein Personal auch Zeit und Raum für gute Arbeit hat. Kurzum, wer Datenschutz wirklich ernst nimmt, der schafft auch ausreichend Ressourcen für den Landesbeauftragten für Datenschutz und Datensicherheit. 145 Millionen Euro mehr für Flüchtlinge im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen. 145 Millionen. Es hört sich natürlich erst einmal toll an, wenn Rot-Grün davon spricht, dass im kommenden Jahr zusätzliche 145 Millionen für die Menschen zur Verfügung gestellt werden, die zu uns kommen, weil sie in ihrer Heimat von Bürgerkrieg und Verfolgung bedroht sind. Und es ist schon viel zum schlechten Stil gesagt worden, mit dem erste und wichtige Maßnahmen nach dem Flüchtlingsgipfel angekündigt wurden. Sechs Wochen später aber lässt man sich diese Maßnahmen dann größtenteils vom Bund finanzieren. Aber es ist gut, dass mehr Geld da ist, auch wenn es teils nur dazu genutzt werden wird, um die Verfehlungen der letzten Jahre aufzufangen. Im kommenden Jahr haben die Kommunen mehr als 94 Millionen Euro mehr zur Verfügung, um Flüchtlinge zu versorgen und unterzubringen. Zum einen erhöhen sie noch einmal die Pauschale im Flüchtlingsaufnahmegesetz um 40 Millionen Euro. Auf der anderen Seite wird ein Sondertopf in Höhe von 54 Millionen Euro errichtet. Es ist gut, dass auch nun endlich mehr für die Kommunen getan wird. Aber – und das ist die zentrale Frage – kommt das Geld auch wirklich bei den Flüchtlingen an? Bei genauem Hinsehen wird nämlich klar, dass das nicht garantiert ist. Es ist nicht sicher, dass der größte Batzen des Geldes auch bei denen ankommt, denen es eigentlich zusteht – den Flüchtlingen in den Kommunen. Denn obwohl die Flüchtlingsinitiativen und Organisationen in diversen Anhörungen, Zuschriften, Empfehlungen, Briefen und Beschwerden auf eine humane und dezentrale Unterbringung gedrängt haben, konnte die Landesregierung sich wieder einmal nicht dazu durchringen. Humane, praktische und vor allem nachhaltige Konzepte in den Kommunen sind doch ganz einfach. Dazu haben wir vorgeschlagen, dass den Kommunen 40 Millionen Euro für die Errichtung eines kommunalen Auszugsmanagements – also der Unterbringung in Wohnungen – zur Verfügung gestellt werden. Die dezentrale Wohnungsunterbringung wäre sogar für die Kommunen mittelfristig besser, denn sie ist kostengünstiger. Und ganz abgesehen davon ist sie natürlich auch humaner. Hinzu kommt leider auch, dass durch überfüllte Flüchtlingsunterkünfte an einem Ort oft und schnell Ressentiments geschürt werden. Demonstrationen, Hetze und Gewalttaten gegen Flüchtlingsunterkünfte nehmen seit Jahren zu. Wir haben im Haushalts- und Finanzausschuss sechs Haushaltsänderungsanträge vorgeschlagen. Diese sind alle abgelehnt worden. Dabei hatten wir wirklich gehofft, dass sich nach der Schande in den Landesaufnahmen endlich die Bereitschaft zeigt, im Dialog für eine Verbesserung der Flüchtlingsaufnahme in ganz Nordrhein-Westfalen zu sorgen. Eine Sache liegt uns besonders am Herzen. Wir wollen immer noch, dass der Flüchtlingsrat in Nordrhein-Westfalen 70.000 Euro mehr erhält. Die kleine Summe von 70.000 Euro könnten wir aus dem Topf für Rückführungen nehmen. Das würde dem satt erhöhten Haushaltstitel nicht wehtun. Der Flüchtlingsrat ist der einzige politische Vertreter der Flüchtlinge, das Sprachrohr und der hat wachsende Aufgaben. Warum findet sich dafür kein Ausgleich im Haushalt? Wir wünschen uns ein transparentes, unabhängiges und dezentrales Beschwerdemanagement in den Landeseinrichtungen, angelehnt an den sächsischen Heim-TÜV. Bekommen haben wir bisher ein mobiles Kontrollteam der Bezirksregierung, das nur aus den üblichen Verdächtigen besteht. Bisher sind die Flüchtlingsinitiativen nicht mit dabei. Für diese sogenannte Taskforce braucht sich die Landesregierung wirklich nicht zu rühmen, denn, ich möchte daran erinnern, die Kontroll- und Aufsichtspflicht gehört seit jeher zu den Aufgaben der Landesregierung, und zwar nicht erst seit Burbach. Dazu ist sie gesetzlich verpflichtet. Hätte sie nicht jahrelang weggeschaut und untätig die Hände in den Schoß gelegt, wäre es nie so weit gekommen. Daher ist es auch mehr als überfällig, dass sie 21 neue Stellen in der Bezirksregierung Arnsberg für den Flüchtlingsbereich eingerichtet hat. Die Aufstockung des Personals in der Bezirksregierung Arnsberg haben wir schon im Oktober 2013 gefordert. Da war die Landesaufnahme schon diverse Male zusammengebrochen. Und kommen wir nun zu dem Modebegriff Willkommenskultur. Wir schlagen vor, diesen Begriff wirklich mit Leben zu füllen, indem wir die Willkommenskultur rund um die Landesaufnahmen fördern. Die letzten Monate haben gezeigt, dass es zwingend notwendig ist, Kontakte zwischen den Einwohnern der Städte rund um die Landeseinrichtungen und den Schutzsuchenden in den Einrichtungen zu fördern, um auf allen Seiten etwaige Ängste abzubauen. Für beides veranschlagten wir eine Summe von 2.930.000 Euro. Übrigens gegenfinanziert. Die Landesregierung hingegen finanziert ihr neues Beschwerdemanagement und ehrenamtliche Tätigkeiten einfach über denselben Titel der sozialen Beratung für Flüchtlinge. Sie knapst hier Geld an einer Stelle, an der es dringend benötigt wird. Der Bereich der Beratung der Flüchtlinge in ihren medizinischen, sozialen, rechtlichen und psychologischen Belangen ist doch eigentlich seit Jahren schon unterfinanziert. Die Stellen in diesem Bereich müssten nun eigentlich verdoppelt werden, da auch immer mehr Bürgerkriegsflüchtlinge Hilfe und Schutz in Deutschland suchen. Ich rechne das mal vor. Nordrhein-Westfalen förderte 2012 die soziale Beratung mit 146,60 Euro pro Flüchtling. 2013 waren es dann schon nur noch 109 Euro und 2014 dann lediglich noch 75 Euro pro Flüchtling. Aus diesem Titel dürfen keine zusätzlichen Ausgaben getätigt werden. Viele Probleme in den Einrichtungen für Flüchtlinge wären durch eine nominale Anpassung der sozialen Betreuung und Beratung an die steigenden Flüchtlingszahlen vermeidbar gewesen. Außerdem, die Verdoppelung der Gelder für die soziale Beratung wurde auf dem Gipfel auch so beschlossen. Das nennen wir einen Wortbruch. Es gab in den letzten Jahren viele Möglichkeiten und Chancen für eine Wende in der Flüchtlingspolitik zu sorgen. Vorschläge gab es auch genug. Diese wurden nun schon wieder vertan, weil die Regierung entweder keinen Mut hat oder ihr die Kraft fehlt, endlich eine echte Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahmen in ganz Nordrhein-Westfalen in Angriff zu nehmen. Das ist mehr als bedauerlich. Das Fazit des Landeshaushaltes, um es noch einmal zu wiederholen, besteht einfach darin in der Bewertung, dass der Landeshaushalt komplett aus der Balance ist. Und zwar zu Ungunsten der Zukunft der Menschen in unserem Land. Trotz allem wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.